Sektor 3 ist abgesperrt Sektor 3 ruckelt leicht, aber wir werden wohl damit zurechtkommen müssen Auch wenn ich nicht weiß warum, frag mich nicht Ja Wir sind jetzt hier unten in so einem komischen Teil, weißt du? Ah, ist so dunkel Oder liegt das vielleicht bloß daran, dass mein Bildschirm ein bisschen spiegelt, weil es so hell ist? Ach, keine Ahnung, so Hä, ich will nicht klappen Warum gehen die alle nicht so ein Dreck Das hielt keiner mal Ah, der geht kaputt So Sie werden mir danken Sie werden mir danken Sie werden mir danken Oh, Gott, Sie vertrauen, Carrie Ich hoffe, dieser Mann Das Passwort lautet... ähm... Snakefist. Ein großer Stockton! Haben Sie gerade dieses Zugangsterminal geknackt? Jawoll, ja! Die Kavallerie ist da! Nein! Komm! Her! Schuck, komm her! Blöder Assi! Äh, ich brauch mal eben... Äh, so. Gib mir das mal. Und ich glaube, man merkt mir an, dass das Spiel ein bisschen ruckelt, weil, äh... Meine Maus ist jetzt ein bisschen verzögert und das mag ich nicht. Das mag ich ganz und gar nicht. Aber ich muss damit jetzt gerade leben, weißt du? Wisst ihr? Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr? Wisst ihr das? Wisst ihr das? Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr das? Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr? Das wisst ihr natürlich, ist klar. Ihr seid ja nicht behindert, außer meine scheiß Klassenkameraden, die sagen dann... Nein, 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 du bist schwul. So. Und das sagen die nämlich, und das mag ich nicht. Das sagen die nämlich andauernd. Einfach so. Weil sie denken... Äh, 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 äh. Ich hab mehr Abonnenten als die. Auch wenn's nicht viele sind, ich hab trotzdem mehr Abonnenten als die. Weil sie gay sind. Ja, ihr seid gay, ihr blöden... Also, ich weiß sowieso, dass ihr meine scheiß Videos schaut, weil ihr nichts anderes zu tun habt, weil ihr erbärmlich seid. Aber, naja. Ihm... So. Damit wir mal ein bisschen über das... ...Spiel reden, ich muss Bildschirme kaputt machen. Äh... Hallo, Marienkäfer-Teil. Mein Spiel ruckelt und ich weiß nicht warum. La, 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 la. Kann doch gar nicht so derbe ruckeln, ey. Geht gar nicht. Geh weg, du scheiß Abfalleimer. Meine Fresse. Boah, Gag. Ich weiß wirklich nicht, was da gerade los ist. Ähm... Ich spiel jetzt, weiß, bis zum nächsten Speicherpunkt und dann guck ich mir eben nochmal nach. Nee. Du brauchst keine Hilfe. Tu mir leid, ich bin erkältet, wie gesagt. Uh. Muss ich gar nicht. Abbruch. Äh, 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 äh. Mir egal. Es könnte nämlich auch sein, dass meine Festplatte langsam voll wird von lauter Aufnahmen, weil ich speichere nämlich immer meine gerenderten Aufnahmen, damit ich auch sicher gehen kann, dass wenn sie irgendwie gelöscht werden von YouTube, dass sie irgendwie gesperrt werden oder sowas, dass ich sie wieder hochladen kann. Aber, äh, das weiß, äh, das weiß sicher das Problem, glaube ich. Weil nämlich mein... Wo stecke ich fest? Warum? Oh, meine Fresse. Wie, äh, äh, wie soll man da unten hinkommen? Ah, okay. Ich glaube, ich weiß wie. Mips, mips, mips. Ähm. Hier in der Nähe war so ein Teil. Hier war so ein Teil. Genau dieses Teil da. Äh. Wie komme ich nochmal... Wie komme ich nochmal da runter? Ich glaube zumindest, dass es dieses Teil war. Aber ich gehe einfach mal hier runter. Ging es hier lang? Nein. Hm. Nein. Hier lang definitiv nicht. Hier lang aber auch nicht. Warte mal, ich will dieses komische Reflex-Teil. Äh, lass mich mal überlegen. Hm. Lass mich mal überlegen. Hm. Das Teil ist nämlich da unten. Hm. 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 Da muss es doch irgendwo so einen scheiß Geheimgang gegeben haben. Bei diesen komischen Dings. Diesem Lüftungsschacht. Hier muss irgendwo so ein Teil gewesen sein. Oh nein. Ah, ne. Ok, ok, ok. Ich glaube, ich weiß, wo es war. Hm. 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 ... wie ich dieses Reflex-Teil kriege und ich glaube, ich weiß jetzt auch wie. Ähm, hier war nämlich noch so eine Luke irgendwo... ...irgendwo, aber dafür muss man, glaube ich, erst dieses Teil entsperren, also ist das gerade vollkommen sinnlos, was ich mache. Super. Aber diesmal klettere ich nicht, ich möchte gerne runtersprengen, danke. D-d-d-d-d-d... Na... Ich werde aber noch Team Fortress spielen, ich finde das gut. Ich habe nämlich jetzt ein Mädchen dazu gebracht, das zu spielen, weil... ...weil wegen Sachen. Wisst ihr? Ein ziemlich durchgeknalltes Mädchen, weil es mit mir aushält. So. Oh nein, sie ist nicht meine Freundin. Sie hat schon einen Freund. So. Äh... Und übrigens, äh, dieser Freund ist jemand, den ich kenne und, äh... ... ihr müsstet ihn auch kennen. Ah, naja. Warum labere ich eigentlich so viel? Ich will das gar nicht. Ah, genau. So kommt man da runter. Ah, du blödes Teil. Gib das. Ich habe Angst vor diesem Ding. Wieso tut es das eigentlich immer hin und her? Ja. Ja, jetzt geht es wo? Und jetzt geht es da rüber. Nee. Und dann will es es da rauf setzen? Nee, dann doch nicht. Und dann stellt es es wieder da hin. Ich kapiere das nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Äh... So, ich muss jetzt hier lang. Habe ich so das Gefühl. Ja. Was ich noch sagen wollte. Vorsicht im Zellentrass. Genevieve hat die Zellen geöffnet, um Teil zu gewinnen. Die Exemplare sind sehr gefährlich. Ja, merkt man. Und ja, ich finde diese Zeichnungen einfach geil, die die da haben. Ich finde die geil. Ich kann da Mother lesen. Mother und... Quert und... Ah... You come... Ah, lauter so eine Scheiße einfach. Aber ich finde die... Can he see? Okay. Ähm... Ja, ich finde diese Zeichnungen wirklich geil. Weil vor allem dieser Typ, der die für das Spiel entworfen hat, der muss ziemlich viel Talent haben. Weil da gehört schon einiges dazu, dass man da sowas malt. Was ist hier? Ah... Jetzt kommt noch was ganz lustiges gleich. Mache, was ist das? Ja... Nö. Du wirst noch dafür büßen, dass du mich so genannt hast, du blödes Arschloch. Du wirst noch dafür büßen. Ah, nein. Ah... Diese Legs machen es mir nicht gerade einfach. Oh ja, klar. Woran bin ich gestorben? Ich habe nicht mal einen Schuss gehört. Ich habe ihn eindeutig umgegrätscht. Aber nö, es ist ihm egal. Ich wusste, ich hätte ein Headpack benutzen sollen. Aber es war der letzte Typ hier. Und deswegen habe ich gedacht, na ja, vielleicht kann man na ja kacke. was ist das? Du wirst noch mit zur Nähe! Trefft mich eh nicht, ihr Assis. Ihr trefft mich nicht! Nein! otras. Ach... Ach... Sanitäter! Sanitäter! Sanitä... medic oh gott was okay das verstehe ich jetzt nicht ganz ja das spiel ruckelt und ich habe immer noch keine ahnung warum nicht warum warum ist sich flüssig läuft vielleicht wollte ich sagen na es hat ja gespeichert ich werde es noch mal kurz nachsehen was denn da irgendwie am arsch ist und dann sehen wir uns hoffentlich gleich mit einer höheren framerate wieder bis gleich